Hey, wir grüßen euch aus Rojava. Wir sind nicht vermummt, weil wir coole Kids sein wollen, sondern weil die PKK und die gesamte kurdische Freiheitsbewegung von deutschem Staat verfolgt und kriminalisiert wird. Wir beteiligen uns hier in allen Bereichen der Revolution. Dabei ist uns wieder klar geworden, was für eine Bedeutung die Revolution in Rojava und die kurdische Freiheitsbewegung für den Aufbau von Organisierung und Selbstverwaltung in Europa und der ganzen Welt hat. Und wir können sagen, es gibt eine Alternative. Eine andere Welt ist möglich. Lasst uns diese gemeinsam aufbauen und verteidigen. Lasst es nicht nur bei den Konferenzen am 1. Mai und bei G20 schaffen, sondern jeden Tag und überall. Sehr Käpt'in und viel Erfolg! Ich bin nicht nur bei G20, sondern auch bei G20. Ich bin nicht nur bei G20. In diesem Tag der Ressistenz, wir möchten uns begrüßen und die Revolutioner begrüßen, an alle unsere Schäuze. 5-6-6-6-6-7-6-7-6-7-7-6-7-7-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Ich bin nicht nur bei G20. In diesem Tag der Lüte, wir uns eine Säbebewegung von den Räumen. Und die Räumen wird sichergestellt, dass die Lüte ist lang, aber die Vierer ist eine Verkaufnahme. B.J., Femme Garde in Rotterdam, B.J., Femme Garde in Rotterdam, B.J., Femme Garde in Rotterdam